Jeder Mensch, der ins Gym geht, muss diese Parfums ausprobieren. Dieser Duft hat zwar das Wort Lazy im Namen, verleiht euch aber einen absoluten Energieschub. Er ist total frisch und extrem sauber und lässt euch einfach total clean riechen und nicht als hättet ihr gerade Parfum drauf. Und für alle von euch, die gerne in die Sauna gehen, ist dieser Duft hier einfach das Beste ever. Er riecht nämlich nach Tee, Citrusfrüchten und Feige und für mich ist das total der Luxus-Spa-Geruch. Also einerseits beruhigend, aber auch total frisch und energiegeladen. Und dazu hält er auch noch mega lange. Dieser Duft hat die einzigartigste Kokosnote, die ich jemals gerochen habe. Sie ist nämlich nicht schwer und süß, sondern total leicht und fluffig. Der Duft hat trotzdem eine fruchtige Süße von Noten wie saftiger Wassermelone und grünen Apfel. Riecht so, als würdet ihr gerade gekühltes Kokoswasser trinken und dazu ein Obstsalat essen. Und wenn ihr wirklich so riechen wollt, als hättet ihr so gar kein Parfum drauf, dann ist Not a Perfume genau der Duft für euch. Das ist nämlich ein Molekülparfum, das sich an euren individuellen Duft anpasst und daher ganz einzigartig an jedem von euch riecht. Es riecht eigentlich nur so, als hättet ihr so einen richtig schönen Eigengeruch. Klingt jetzt weird, aber riecht sehr gut. Vertraut mir. Welches Parfum tragt ihr am liebsten im Gym?